Hier ist Hogan und Nandra teilen sich den Platz. Eins. Es ist leider auch immer noch im Jahr 2022 soweit, dass überall irgendwelche Idioten rumrennen und der Meinung sind, sie müssen Mauern ziehen und Grenzen ziehen, wo einfach keine nötig sind. Sie sind der Meinung, dass einige Menschen so nicht passen, nur weil sie so geboren sind, sei es Hautfarbe, Religion oder sonstiges. Wir haben keinen Bock auf sowas. Wir wollen jetzt auch keine großpolitische Veranstaltung daraus machen. Wir haben nur keinen Bock auf Nazis. Ganz kurz. Dafür. Viel Spaß mit Blindrechts im Heer. Viel Spaß mit Blindrechts im Heer. Und stellst ihn mir die Frage, wie und warum, wie und warum, bist du ein Teil davon? Fass auf einander auf, wenn jemand liebt, auf ihn! Fass auf einander auf, wenn jemand liebt, auf ihn! Fass auf einander auf, wenn jemand liebt, auf ihn! Fass auf einander auf, wenn jemand liebt, auf ihn! Fass auf einander auf, wenn jemand liebt, auf ihn! Fass auf einander auf, wenn jemand liebt, auf ihn! Fass auf einander auf, wenn jemand liebt, auf ihn! Fass auf einander auf, wenn jemand liebt, auf ihn! Fass auf einander auf, wenn jemand liebt, auf ihn! Fass auf einander auf, wenn jemand liebt, auf ihn! Fass auf einander auf, wenn jemand liebt, auf ihn! Fass auf einander auf! Fass auf einander auf, wenn jemand liebt, auf ihn! Fass auf einander auf, wenn jemand liebt, auf ihn! Fass auf einander auf! Fass auf einander auf! Fass auf einander auf! Fass auf einander auf!